das bei meinem astral körper dass die brille putzen das bei meinem astral körper los mach uns den Buschpiloten wär jetzt auch mal interessant aufs Maul? sorry du würdest es nicht anziehen wenn du dir nicht nahe kommst aha ja das ist normal ja das ist normal los hau ihn denn Busch rein warum soll ich nicht? die roter Blätter ist auch neu hätte lustig werden können Spielverlierer bäh hau stopp irgendwann kriegst du es hin nicht mehr die Afturzerien sind vorbei hahaha da saß du jetzt hallo hallo achja ach sieht sie sie sie